Oh, hier, ich hab eine gefunden. Oh, warte, ich komm zu dir. Oh, ja, das sieht doch mal richtig gut aus, holy. Perfekt. Äh, aber wie sollen wir runterkommen? Soll ich mich runterbauen? Äh, nee, warte hier. Nimm den. Ah, du hast einen. Soll ich es einfach hier platzieren, damit wir beide einfach sicher runterkommen? Nein, nein, nein. Das wär doch langweilig. Also soll ich ein MLG machen? Ja. Ja, stimmt. Okay, let's go. 3, 2, 1, wup.